Welche Rolle spielt Sprache im Kampf gegen Rassismus? Sprache spielt eine sehr zentrale Rolle im Kampf gegen jegliche Diskriminierungsform. Zum einen ist Sprache bzw. unser Sprachgebrauch immer ein Abbild von aktuellen Bewegungen, Trends und gesellschaftlich akzeptierten Meinungen. Zum anderen spiegelt Sprache nicht nur unsere Realität wider, sondern trägt auch dazu bei, neue Realitäten zu schaffen oder aktuelle aufrechtzuerhalten. Mittlerweile kennt sicher jeder und jede die Studie, die den Einfluss von geschlechtergerechter Sprache auf die Berufshorizonte von Kindern, aber vor allem Mädchen untersucht. Erst durch die explizite Sichtbarmachung von Frauen wird Mädchen erst möglich, sich selbst in typischen Männerberufen zu sehen. Ähnlich ist es auch bei dem Thema Rassismus. Lange Zeit wurden nur BIPOCs benannt als die Schwarzen oder die Asiatinnen, oft auch nur mit rassistischen Fremdbezeichnungen. Für viele weiße Menschen war und ist es immer noch befremdlich als weiß benannt zu werden. Als Teil der Mehrheitsgesellschaft sehen sie sich nämlich als die Norm und die muss schließlich nicht benannt werden. Immerhin sind ja auch nicht alle weißen Menschen gleich, sondern jeder und jede ist ein Individuum. Das führt auch dazu, dass wir nicht so ein klares Bild darüber haben, was weiß sein bedeutet. Anders sieht es aber für BIPOC-Gruppen aus. Wenn Menschen das Wort schwarz hören, fallen jedem und jeder sofort unzählige Vorurteile und Stereotypen ein, wie schwarze Menschen sind oder sich zu verhalten haben. Was sind Mikroaggressionen? Im Gegensatz zu offen rassistischen Beleidigungen oder Begriffen handelt es sich bei Mikroaggressionen um subtile Aussagen und Handlungen, die das Gegenüber herabwürdigen. Wenn ich zum Beispiel eine BIPOC-Person für ihre guten Deutschkenntnisse lobe, obwohl diese in Österreich aufgewachsen ist, dann bin ich zwar nicht offen rassistisch, aber vermittle trotzdem das Bild des BIPOCs nicht zur österreichischen Gesellschaft gehören können. Auch wenn viele Menschen stocken, bevor sie das Wort schwarz sagen oder Hautfarben immer zu umschreiben versuchen, vermitteln sie subtil, dass Schwarzsein etwas Negatives ist und dass sie das keinem zuschreiben möchten. Genau dieser unterschwellige Charakter macht Mikroaggressionen aber zu so einem schwierigen Thema. Offene Rassismen kann man schnell erkennen und ansprechen. Mikroaggressionen fliegen oft unter dem Radar, weil es viel genaueres Hinsehen benötigt, um zu sehen, wo das Problem liegt. Ebenso werden Mikroaggressionen von nicht betroffenen Personen oft runtergespielt oder als Missverständnis oder sogar Überreaktion dargestellt. Das führt dazu, dass viele Betroffene auf den ersten Blick oft selbst gar nicht wissen, wie sie das ansprechen sollen. Das führt auch dazu, dass Mikroaggressionen viel häufiger vorkommen, aber viel weniger Leute es als Problem erkennen. Hier bedarf es also besonders viel Sensibilität. Wenn euch jemand sagt, hey, das war verletzend oder rassistisch oder ich fühle mich gerade nicht so wohl bei dem, was du gesagt hast, streitet es nicht einfach ab, nur weil ihr doch eh keine rassistischen Begriffe verwendet habt oder die andere Person überreagiert, sondern versucht, es zu verstehen, wo das Problem liegt und entschuldigt euch. Warum sollte man bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden? Wenn es darum geht, dass man gewisse Begriffe nicht mehr verwenden soll, kommt meistens von irgendjemandem die Reaktion, heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen. Wenn das die erste Reaktion ist, ist es am besten einmal kurz durchzuatmen und sich zu fragen, darf ich wirklich nichts mehr sagen oder stört mich einfach nur, dass mehr und mehr Menschen negativ auf rassistische oder diskriminierende Dinge reagieren und das auch offen ansprechen. Für viele nicht betroffene Menschen fühlt es sich so an, als würden wir Betroffene immer sensibler werden, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Für Betroffene war es noch nie in Ordnung, wenn Menschen das N- oder das Z-Wort sagen oder frauenfeindliche Witze machen oder das Wort behindert als Schimpfwort benutzen. Das war und ist immer verletzend. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Mehrheitsgesellschaft langsam darauf aufmerksam wird und sich mit der Zeit auch mehr und mehr Betroffene etwas sagen trauen. Die Frage, warum man bestimmte Begriffe nicht verwenden sollte, beantwortet sich daher für mich ganz einfach. Weil ich andere Menschen nicht verletzen möchte. Diskriminierungserfahrungen jeglicher Art hinterlassen bei betroffenen Spuren und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass diese Spuren mehr werden. Wie kann man damit umgehen, wenn man sich nicht sicher ist? Was kann ich jetzt also tun, um selber möglichst keinen mit meiner Sprache zu diskriminieren? Oder wenn ich mir einfach nicht sicher bin? Als erstes ist es wichtig, sich zu informieren und zu reflektieren. Es gibt unzählige Ressourcen in Form von Büchern, Videos oder auch Content CreatorInnen auf Instagram oder TikTok, die kann man konsultieren und so am eigenen Sprachgebrauch arbeiten. Wichtig ist hier vor allem auf die Stimmen von Betroffenen zu hören. Das heißt, wenn ihr euch Bücher über Rassismus kauft, dann erkundigt euch vorher, ob die AutorInnen selbst auch BIPOCs sind oder ob es von weißen Menschen geschrieben wurde. Was es nicht heißt, ist, dass euch jede betroffene Person als Diskriminierungsexpertin zur Verfügung steht, die euch alle eure Fragen beantworten muss. Als zweites ist es wichtig, Feedback an und auch ernst zu nehmen und nicht gleich in den Selbstverteidigungsmodus zu schalten. Wenn ihr darauf hingewiesen werdet, dass ihr etwas Falsches gesagt habt, sucht nicht als erstes nach Ausreden, warum ihr so gehandelt habt, sondern entschuldigt euch, nehmt die Kritik an und versucht es in Zukunft nicht mehr zu machen. Jeder vergreift sich mal in der Wortwahl und keiner ist ein schlechter Mensch, weil man einmal etwas Falsches gesagt hat. Aber es ist wichtig, wie man danach damit umgeht.